So ein Teil ist gar nicht so schlecht, was sie hat. Allerdings. So, ich bin oben. Oh, ich bin drauf. Was? Oh. Okay. Der geht einfach nicht auf. Das ist ein Lupi, ey. Das. Extreme Ausdauer, der Typ. Ach, die schlicht da auf, die. Nein. Also, der hat kein schönes Leben, Simmons. Oh, von hinten. Ich bin so, um alles zu kümmern. Ich bin von da oben runtergesprungen. Verstehe. Okay. Oh, ja, genau. Ja, sagst du es einfach. Wow. Ich ziehe mich mal wieder bei dir hoch. Ja, mach mal bitte. Kann ich am besten. Das ist richtig. So, da war doch mal ein bisschen klettern hier nochmal. Ja, ich kletter ziemlich schnell. Weil ich will auch schnell weg. Wieso benutzen die ihre Füße nicht dazu noch? Das ist ja auch mal. Wow. Wer schießt denn da? Wie, wer schießt denn jetzt? Ich kann nicht schießen. Ich muss auch bestimmt Ada, oder? Ja, Ada schießt, glaube ich, von drüben. Gut. Gut. Natürlich. Oh, na klar. Was machst du denn? Ja, ich bin mir doch doof, wie das Deckung geben muss. So darf es nicht enden. Oh, na klar. Ich bin mir doch nicht enden. Oh, na klar. Komm, mit mir, Liebling. Wir bleiben immer zusammen. Aber nicht mit mir. Na los, aufwachen. Wenn sie wirklich Ada sind, stehen sie das durch. Wir beide schaffen das. Oh mein Gott. Ja, ja, ich hab schon eine gute Position hier oben. Alter, stirb doch nun endlich mal. Dann mach ich noch mal ein bisschen Munition ein. Oh, kann ich gar nicht. Wow, hier ist ein Zombie bei mir. Okay, ich bin ganz kurz behindert. Also, naja, alles gut. Du weißt, was ich meine. So, bitte schön. Ja, weil er auch einfach nicht sterben will. Nee, das will er wahrhaftig nicht. Ziemlich hartnäckiger Typ. Weg aus. Aua. Okay, ja, weg dürfen. Also, langsam geht man die Munition als für Schauschüssen. Ja, wir brauchen. Leon. Shit. Wollen Sie leben? Dann betteln Sie um Ihr Leben. Nicht passen. Oh, hilf mir, hilf mir, hilf mir, Mann. Ja, kann ich nicht. Ich schieße schon die ganze Zeit drauf. Ich schieße schon die ganze Zeit. Du wirst nicht immer, was man will, Simmons. Nein. Nein! Mann, hier Schluss. Man muss immer nach vorn blicken, Simmons. Nein! 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 Ach, gehen Sie hier nach? Nein. Wir bleiben zusammen. Ehrlich mal. Kann ja nicht alles allein machen. Da ist unser Rückflugticket, wenn wir es erreichen können. Er gibt wohl niemals auf, oder? Genug ist genug. Okay. Sonst fängt er an, mich zu nerven. Ja, nicht nur dies. Oh, fuck. Tic-tac für dich. Danke. Also langsam, bitte. Ich, extrem nervig. Wow. Oh, Alter. So, bin ich schön. Wow, was? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Alter. Der nervt, der Typ. Der nervt. Wie auserrastet. Wie oft haben wir den schon getötet? Fünf, sechsmal? Ja, bestimmt. Wo müssen wir hin? Ich weiß nicht. Die müssen wir, glaube ich, nicht wieder zurück. Nee, der geht gar nicht. Der geht gar nicht. Der müssen wir hinten hin. Ach, dort, woher steht. Ja, an den Typen vorbei müssen wir. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass wir etwas dagegen sind. Brenne doch. Wow. Ja. Ja, fress ihn auf. Sehr gut. Jetzt, los! Eine andere Form des Kannibalismus. Ja, ja. Und das unterstütze ich sogar. Nur für diesen einen Moment. Ja, allerdings. Aber ich weiß noch nicht, wo wir hin müssen jetzt. Keine Ahnung, hier sind Kisten. Was denn jetzt wieder? Wir müssen zu diesem Helikopter hoch. Je schneller, desto besser. Ja, deswegen gehe ich jetzt auch hier runter. Ja, ich habe Munitionen-Uhr gefunden. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Scheine ein bisschen schieben zu gehen. Ah, nee. Drüber springen. Ja, noch schlimmer. Okay. Hoch mit ihnen! Hm. Ja gut, ich komme aber hinterher, sodass ich beide bin. Oh, wie groß ist das Vieh jetzt geworden? Was ist das denn? Au! Alles okay, holen Sie mich nur hier raus. Ach, du bist da. Mann, toll. Alter. Kann man Godzilla bitte kommen? Godzilla, King Kong. Okay, King Kong, Godzilla, wäre auch immer. Scheißegal, hauptsache ein großes Vieh. Das ist Mottra. Ja. Ja. So, warte, ich habe da was für dich. Was immer Sie tun, es funktioniert. Ja, ist gut. Ich pass auf Sie auf. Was habe ich denn jetzt gemacht? Weiß ich nicht, aber es klappt. Oh, ich zeug. Wow. Was war das? Helena, was ist los? Moment, ich kümmere mich darum. Ja, ich weiß nie was. Wir sind auch gerade ziemlich viele Zombies. Okay. Also, ich kann jetzt nicht gerade alles machen. Oh, nee, alles gut. Ja, ich habe gerade wieder das Ding gehackt, so ein bisschen. Momentan geht das hier noch. Oh, nee, ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Aber meine Munition ist gleich komplett leer. Ja, jetzt hat er auch schon. Ja. Alter. Ja, tschüss. Ach so. So, egal, hier lang. Ja, komme. Ich fahre einfach nur hier weg. Besser ist. Besser ist, Mann. Das ist übel. Wir müssen zum Helikopter. Ach, da habe ich schon. Ja, ich bin oben. Du musst auf einmal weg. Ich glaube, ich habe wenigstens von Munition doch in einem Magnum, oder was ist das? Eine Magnum. Blitzfalke. Okay, ich will noch. Hm. Wow. Das ist noch größer geworden, ey. Alter. Hey, wir müssen den Mist herunterholen. Solange er in der Luft ist, gehen wir nirgendwo hin in den Helik. Ich kann nicht zulassen, dass er uns aufhält. Shit. So viel offene Poren. Ich weiß gar nicht, wo ich draufziehen soll. Beine. Ah, auf die Beine, okay. Gut. Wenn du das schon sagst. Ach, du, das Zombie. Ich habe keine Munition mehr. Oh, meine Christe. Oh. 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 Äh. Ah. Okay. Ich glaube, ich weiß, was sie damit vermiedeln wollen. Ja, das ist richtig. Wie schieße ich das Ding? Ich weiß es nicht so. Aha. So. Und da muss ich ihn also einfach nur aufnehmen. Fuck. Hilfe. Hilfe. Komm, ich, 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 komm. Alter Schwede. Jetzt nimmt das blöde Ding auf. Scheiße, kann ich mal nicht zu mir machen. Ja, sagst du mal so einfach. Ich kann mich hier kaum noch bewegen, weil ich einfach keine Ausnahme mehr habe. Er will seinen Kopf schützen. Okay, jetzt hat er diesen Strom, Heini, wieder aufgenommen. Ja. Dann hat er wieder einen Schlag abgekriegt. Warte. So, gehst du das Ding. Hat ihn aber nicht mitgenommen mit dem... Doch. Doch, hat er. Idiot. Ja, wenn man weiß, wann, wie, wieso. Das ist easy. So, aufs Gesicht schießen jetzt gleich. Ach, der Schwede. Warum? Dann kannst du vom Mars mitnehmen. Ja, auf jeden Fall. Genau auf den Kopf. Oh, oh. Oh, ist richtig. Aber mir geht's nicht gut, Mann. Hast du noch irgendwas, was hilfemäßig ist oder so? Ja, aber nur wenn ich... Also wenn ich am Boden bist, dann kann ich dich heilen. Ah, okay. Also sonst keines Hilfespray oder sowas? Nee, ich bin gerade... ...out of everything. Okay. Schnell weg hier. Ah, ist der Panzerfaust. Hört nicht auf! Ach, Leute. Wie Jake sagte, es ist wie eine Ex-Freundin. Ja. 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 Ach, halt doch die Schnauze. Hahaha. Zwei Regenwerfung. Oh, oh. Ach, lass mich raten. Umbrella. Toll. Für meine Schwester. Na los. Auf zum Hubschrauber. Okay, jetzt nichts wie weg hier. Oh, das ist eine gute Idee. Die Beste des Tages, ey. Die Beste. Oh, ja. Ist das Aedas? Ja. Leon, das sind... Beweise für Simmons' Schuld. Und somit für Ihre Unschuld. Unsere Unschuld. Ich brauch das nicht. Helena. Gute Nachrichten, Leon. Wir haben einen Weg gefunden, den Virus zu besiegen. Roger. Wir kommen zurück. Bis später. Dann los. Na? Na? Na,울. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Das war Resident Evil 6, aber nur die Story von Leon. Genau. Und wir haben noch einige weitere vor uns. Chris und Jack. Richtig. Hier werden wir auch noch spielen. Da sehen wir uns aber dann in der nächsten Folge wieder. Ich muss erstmal durchschnaufen, ey. Welch Ironie. Es ist gerade Feierabend und bei mir geht gerade im Ort die Feuerwehrsrene los. Sehr schön. Gut, ich muss erstmal in real life ein paar Zombies schnetzeln. Wir sehen uns dann also. Bis dann, Leute. Ciao. Tschö. Es ist an der Zeit, dass ich Verantwortung übernehme. Danke schön. Ich bin bereit. Was? Meine Rolle beim Angriff. Die Untersuchungskommission hat die Beweise überprüft und abgelehnt, sie verantwortlich zu machen für Simmons' Verbrechen. Außerdem wird nichts davon an die Öffentlichkeit gebracht. Aber... Der Präsident hätte das gleiche getan. Also gut. Wollen wir uns dem Team anschließen? Leon. Wenn Sie sie wiedersehen. Frauen. Die Steamerung schafft immer Ärger mit den Frauen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017